Musik Der Weg wurde von der Wachstum zur Strecke mit der Strecke mit dem ZD-1 in die Strecke mit der Strecke mit der Strecke mit der Strecke. Der Sieger, der kommt aus Serbien. Milovan Venic freut sich hier mit der Titel. Der Sieg, den absoluten Sieg in der Gase. Bis 2000 Kubikzentimeter geht nach Serbien an Milovan Venic im Opel Vectra STW. Der schnelle Serbe, absolut der schnellste Mann hier auf dem Red Bull Ring in dieser Startgruppe. Herzliche Gratulation und congratulations. Thank you very much. Nochmals kräftigen Applaus hier für die Teilnehmer in dieser Renn-Serie. Und es geht hier schon spektakuläre Szenen im nächsten Rennen.